Ein neues Factsheet ist erschienen, Freunde. Factsheet Nr. 2 mit dem Fendt 700er Vario und dem Yoskin Dornado 3. Einmal natürlich ein Schlepper, auf den wir alle gewartet haben, weil ja Fendt eine Marke ist, die sich durchaus sehr, 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 sehr geil einfügt in den LS17. Wir haben hier wieder einmal die Daten zu den Geräten. Wir haben hier auch interessanterweise stehen, was wir hier selbst customizen, also selbst anbauen können. Die Frontlader, Attacher-Geschichte, den Motor, die Hauptfarbe und die Reifen. Und bei den Reifen können wir die Standards, die Breitreifen, die Reifengewichte, Radgewichte natürlich und die Narrows. Narrows im Englisch ist not very good, deswegen weiß ich nicht, was Narrows heißt. Also ich glaube, Pflegebereifung macht eigentlich keinen Sinn. Schauen wir mal kurz zum Yoskin Dornado. Und wir haben hier natürlich einen Miststreuer, Freunde. Wir haben hier einen Miststreuer, der hier durchaus ein Tandem ist und wir brauchen hier 130 Pferdchen. Natürlich kann man hier sehen, Freunde, beim Fendt 700er Vario, das dürfte die ganze Serie sein. Wir haben hier von 165 PS bis 240. Das heißt perfekt natürlich geeignet für die Geschichte hier zum Miststreuen. Und wir haben hier eine Arbeitsbreite von 15 Metern. Das finde ich auch nicht wenig. Bei den Preisen muss ich ehrlich gestehen, da kenne ich mich zu wenig aus. Und generell aber kann ich behaupten, dass ich Yoskins sowohl als auch Fendt ziemlich geil finde. Wir haben hier, finde ich eine geile Kombination. Also dieses Bild ist ja hier oben sowohl als auch unten. Das Bild war wirklich ein sehr schönes Bild. Und was ich nur dazu sagen muss und möchte, muss nicht, möchte ich trotzdem gern, dass ob jetzt geplant ist, jeden Montag und jeden Donnerstag bis zum Release ein neues Factsheet zu erscheinen. Das ist der Plan. Ob das so wirklich passiert, werden wir sehen, Freunde. Ich bedanke mich, Freunde, für alle, die eben kein Facebook haben. Erfahren es bei mir hoffentlich als erster. Wir sehen uns beim nächsten Factsheet nicht, weil wir sehen uns schon sicher vor einem Video. Bis dann. Tschüss.